Außen haben wir es. Okay. So, wie sieht das schon aus? Ah, das ist gleich fertig. So, warten wir mal den letzten Schritt ab. Das wird vielleicht nicht mehr dauern. Ich kann mal ein paar Rezepte zeigen, aber nicht alle, weil 516 Rezepte habe ich jetzt keinen Bock. Hier, man kann auch zum Beispiel Magma-Creme wieder in Slimeball und Blaze Powder zusammen zurückholen. Oder Hydrogen in Deuterium und Mp-Cels, sollte man es schon mal vormerken für die, die es noch nicht kennen. Oder auch hier Deuterium, 4-Zellen-Zutritium, wollen wir vormerken. Für die, die es schon kennen, schön und gut, aber das beilagt nicht in den Kommentaren für die, die zum ersten Mal beim Arbitier dabei sind. Ja, aus dem goldenen Abwick, also in dem OP-Abwick, kriegen wir 2 Methan-Zellen und 64 Koholt raus. Sollen wir gleich mit den Hydrogen-Zellen an-äh, mit den... Wenn du jetzt sagst, du willst mit der Deuterium-Produktion anfangen, trete ich ja bei der Gamescombe in die Eier. Ähm, ich möchte gerne noch ein paar Kinder zeugen, also würde ich nicht. Also, wir haben jetzt hier das gereinigte Uranium-Tast. Das können wir halt schmelzen oder auch im Kompressor zu Uranium-238 machen. Würde ich sagen, gehen wir noch den Weg, oder? Ja, über welchen Kompressor willst du? Äh, ich hab's jetzt in der Nähe von Industrial oder gesagt von Greggsack getan. Ja, okay. So, ja, der ist auch noch ein bisschen lahmarschig, aber ich will doch da mit den Overclocker-Abgräts vorsichtig sein, weil man hat hier in der letzten Schaffte bei Trivlo gesehen, was passiert. So, wir haben jetzt... Hä, was? Ich will doch keinen Schaden! Bin ich jetzt irgendwie blöd, oder? Werde ich irgendwo eingeriffen, oder so? Nee. Dort, hast du Uranium-Inventar? Ja, aber... Du bist mal raus. Scheiße! Ich bin so ein Eumel! Weiß, ich hau doch in mein Inventar, und da steht sogar noch Radiation. Oh! Gut. Warte, warte. Ich hab ne Idee. Nein, warte, ich hab ne Idee. Das war meine Idee. Jo, das ist jetzt da drin. Okay. Aber was ich komisch finde, wenn man so Uranium das nimmt, nix. Ich teste das jetzt mal gerade, ob das auch bei dem Uranium-Ingott jetzt schon passiert. Weil das wäre dann ein bisschen doof. Und? Nö. Hier hast du aber. Hast du gerade mit deiner Kiste geredet? Nein. Bisschen armselig, oder? Nein. Okay. Haben wir eigentlich noch eine Iron-Chist drüber? Wischste, ne? Ja. Weil, dann würde ich sagen, ich schätze mal, dass wir nicht mehr so viel Kompressen werden in nächster Zeit. Pumpen wir das einfach daraus mit den Translocatorn. So, was machen wir eigentlich jetzt zum TinyPile-Aus? Lead-Tast? Das ist ganz einfach. Man kriegt aus neun Stück ein Lead-Tast. Und da wir hier so noch ein paar Stacks haben, kriegen wir da schon noch ein bisschen Lead raus. Ah ja, ich weiß jetzt eben noch. Ja komm, hast gute Arbeit geleistet. Was hast du dir geleistet? Ja, meine braffe Kiste hier hat gute Arbeit geleistet. Ich träg jetzt immer Uran in sich herum. Bis es immer irgendwann hoch geht. Jo. So, da war ja noch was. Wir brauchen hier noch ein paar Circuits. Eins. Wir haben keine erwünschten Leute mehr. Mach ich. Ja. Gut. Du weißt ja, wo einen hier. In dem rechten Metallurgic Infuser. Da ist ja noch das Compressed Carbon drin. Wir brauchen nur Redstone und Eisen dafür, ne? Äh ja, wir brauchen aber nur Eisen, weil der hier noch genug Redstone drin ist quasi. Ah, okay. In dem rechten. Okay, Leute, der hat mich auch überzeugt. Ich hatte das einfach mal aus der Klasse getestet. Ich wollte im Vergleich mal wissen, wie krass das ist. Und, ja, ist das recht. Ich hab viel zu viel, oder gesagt, wir haben viel zu viel Redstone dafür ausgegeben. Du. 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 Wann? Was heißt hier nur ich? Du hast auch in Wichtel-Läu gemacht. Das war nicht sowas, ne? Ja. 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 Ähm. Ich hab nur ein Enderman-Geräusch. Ich hab nix. Okay, ich such das. Ähm. Ja. Wo sind die Creeper? Ähm. Ja. Schau mal zu mir. Wo bist du? Ähm. Ja. Ähm. Da waren noch Kühe drin, weiß ich. Hm. Das wäre das safe. Das hatte ich in meinem Inventar. Gut. Könnte vorhin durch Clear Lake passiert sein, als ich es drüber laufen lassen habe. Ah. Ah. Dann holen wir uns einmal irgendwann mal neue Kühe. Ja. Wir haben ja noch eine. Ja. Ist ja nicht so selten. Ich hoffe, die eine haben wir noch. Ja, die eine haben wir noch. Okay. Die in meiner Melkmaschine. Ja, ja. Die hab ich auch schon dran gedacht. Ja, ihr seht, das arbeitet auch schon ein bisschen sehr hier. Achso, ich hab noch zwei leere Tanks gefunden. Das ist jetzt ein bisschen sehr doof. Das ist jetzt ein bisschen sehr doof. Anschein kooperieren die Translocator nicht mehr mit den Greg-Technikchen. Äh, zum rausziehen. Äh, zum rausziehen. Haben sie noch hier? Ja. Das weiß ich. Weil, als ich das erste Mal hier das RT gezockt hatte, das war noch mal eine Singleplayer-Welt. Da hat sich das alles über die Translocator laufen lassen. Okay. Hast du nichts damit schon neu gemacht? Ja, ich hab auch schon ein bisschen draus genommen. Ja. Hab sie wieder. Ja, warte. Ich wollte nur ein paar Circuits machen, ne? Mach gleich viele. 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 Jetzt ist das Ratsum alle. Warte. Warte. Müssen wir auch noch mal schauen, ob wir den ganzen Nicolait machen. Okay. Also. Lieber Gregorius. Ich weiß ja, dass du gerne die Eigenschaft hast, an so ein, zwei Monster rum zu wummeln. Nicolait Dust. Können wir machen. Im Kompressor zu einer Nicolait Plate. Oder. In meiner Neues Welt dazu, Blue Alloy Ingotts. Mit Silber und 4 Nicolait. Oder über Silber Dust. So. Den Nicolait Plate. Können wir Messerwetter zu Nicolait Dust machen. Oder Rockwasher zu Nicolait Dust. Den Blue Alloy Ingot. Können wir zu einer Rot machen. Zu einer Plate. Oder nochmal zu einer Plate. Oder zu neuen Nuggets. Oder wieder zu Dust. Den Dust. Können wir dann bis zu Silber Dust und Nicolait Dust machen. Das war im Klartext. Alles was wir an Nicolait Dust machen lassen. Also. Ich glaube Nicolait, das gehört dann schonmal zu dem Zeug, was wir später recyceln werden. Also. Ich habe gerade was gefunden. Einen kleinen Bug. Wenn du über ein Kabel von Mechanism mit dem Mausrad rüber fährst, sodass es ausgewählt ist, dann wird die Textur mit einem Schatten versehen. Stimmt. Und mich wieder? Äh. Wieso kommt es etwas besser? Also ja. Hab ich auch. Gut. Die E-Factory steht auch. Die E-Factory steht auch. Na. Oh. Da müssen wir wieder schöne Zinn reintun. Wir sind schon bei 14.000 Zinn. Irgendwie gefällt mir das jetzt gerade nicht. Gut. Ich finde es. Flücken wir jetzt mal wieder. Wie lange reicht denn das ganze Redstone da drin? Ähm. Sagen wir mal so. Ein Kompress Redstone ist. Ähm. Es sind 10 Redstone. Und ich hatte da einen Stack reingetan. Wie macht man Compress Redstone? Wie macht man Compress Redstone? Wie macht man Compress Redstone? Das war, meine ich, in der Enrichment Chamber. Ja. Einwärtsson in der Enrichment Chamber. Was ist denn? Wie macht man Compress Redstone? 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 hopper noch funktionieren also die m ich meine jetzt nicht hier gerade ich meinte jetzt hier die Gretchen Maschinen weiß ich nicht ja das funktioniert noch mit dem hopper Flocker und mit allen anderen nicht hast du ne Frage wo steht das bei dir mit den ganzen Angaben oh ok, versteh das ja, hab's jetzt auch Blankswout ok da ist wieder ein bisschen dran drin Street nimmt immer drauf und da hier noch drin sind Schatz lasse ich mal da drin äh was ist ok irgendwie will ich hoffen dass es flimflim war aber auch irgendwie nicht ok ich hatte gerade ein zischen gehört ah flimflim ich höre gerade nur zischen nicht gut ja deswegen tue ich mich auch hier schon gerade überall rum ich weiß das nicht auch der richtigen Angst liebe kann ich verstehen ich kann aber auch noch nicht sagen wie die flimflim Folge angekommen ist könnte ich das nachher jetzt ja sagen gut tu mal wieder ein paar Enderpellen rein ich bin voll ich bin voll hab ich dir das schon mal gesagt schon hört was ah schon wieder schon wieder ja ja doch und du ja das du